so da wäre ich also nicht genug energie jetzt vielleicht scheiße man was zum teufel macht hier eine todeskalle bitte panzerwagen scheiße es ist der panzerwagen freunde es ist der panzerwagen guckt es euch an und leidet einfach mit mir wie unmöglich es ist so im panzerwagen keinen schaden nehmen ja im panzerwagen keinen schaden nehmen alter scheiße ich bezweifel ist stark oh gott julian ich schwöre es dir ist das dein ernst nicht an dieser kritischen stelle nicht an dieser kritischen stelle kannst du mir doch nicht schreiben das ist nicht dein ernst ich kann nicht zurück ne ist der falsche da hinten komme ich nicht an ne mhm ich bin durcheinander gekommen scheiße das kann ich im leben nicht mehr retten jungs das kann ich nicht retten das kann ich nicht retten nein warum warum zero warum bist du so doof fuck das kannst du knicken zero das kannst du ja nicht retten ah mann ich bin durcheinander gekommen gibts doch nicht du bist ja noch offen ne du bist ja noch offen ich hoffe ich sterbe nicht wenn ich sterbe dann Freunde ich fange an zu weinen und lass das damit bleiben so Freunde ab hier an nehme ich euch wieder mit ich kann euch gar nicht sagen wie genervt ich gerade bin dass ich hier gestorben bin ich hätte es doch wissen müssen da sind doch die Laser ach mann und ja wenn ich hier den ich habe gerade einen Klicker gehört Mistviecher ach gehen wir hier beim Skelett lang scheint sicher zu sein ich verstehe du sollst das Ding nicht werfen BTF zünd das Ding einfach an das kannst du jetzt nicht mal in deine Tasche packen oder ok packen wir das brennende Molotow Cocktail in unsere Tasche da scheint es am sichersten zu sein oh mein Gott Klicker lautlos Klicker können dich auch noch hören wenn du dich duckst leicht antippen um dich leiser zu bewegen wenn man dich hört halte an und warte bis du dich sicher bewegen kannst aber derzeit brauchen wir es nicht wir bleiben einfach nur stehen ne du wir bleiben einfach nur stehen hey 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 hey